Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich spreche heute mit dir über das Thema, der richtige Moment ist jetzt, wie wir oft uns selber die Chancen verbauen und was du tun kannst, damit aufzuhören. Das soll heute das Thema sein und ganz kurz vorweg, weil es mir einfach so ein Anliegen ist, das mit dir zu teilen, weil ich dich einfach echt gerne im Boot habe. Mein aktuelles Seminar ist nicht nur ausgebucht, es gibt mittlerweile auch eine recht lange Warteliste. Und es wird in Kürze das ein oder andere weitere Event von und mit mir geben und was ich mit, ich habe dich gerne im Boot meine, ist letztendlich, dass ich mich total freue, wenn du mir einfach schreibst, was Themen sind, was Themenbereiche sind, die dich aktuell beschäftigen, was Themenbereiche sind, die du gerne verändern oder lösen würdest. Und wenn ich am Kreieren bin, bin ich einfach gerne, wie gesagt, nah an dir dran. Das heißt, wenn ich etwas rausgebe, ob das ein Seminar ist oder ein Kurs ist oder was ähnliches, dann ist das für mich immer total schön, wenn ich weiß, ich treffe den Nagel auf den Kopf. Das heißt, es entspricht dir auch oder dem, was dich gerade aktuell bewegt. Also von dem her fühle dich ganz herzlich eingeladen, mir super gerne eine E-Mail zu schicken, wo du einfach reinschreibst, was dich gerade bewegt und wo, ja, in welchem Bereich du einfach gerne Unterstützung hättest. Und vielleicht bist du dann freudig überrascht, wenn in den nächsten Wochen oder Monaten genau dazu auch ein Kurs oder ein Seminar entsteht. Genau, soweit dazu. Der richtige Moment ist jetzt, was ich oft sehe und ich kenne es natürlich von mir selber auch. Ich habe das lange in mir auch getragen und ich nehme mal ein sehr greifbares Beispiel, dass, wenn wir uns zum Beispiel aufgrund von einem inneren Wunsch der Veränderung nach einem Lehrer, einer Lehrerin, vielleicht nach einem Coach, nach einer Seminarleiterin, nach einer Therapeutin, was auch immer, umschauen. Dann ist es ja nicht nur so, dass wir den Fokus darauf legen, zu sagen, ich muss da die richtige Lehrerin finden und dann wird das alles fluppen, sondern es ist tatsächlich so und das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte, dass wir oft von uns selber glauben, dass wir erst noch dieses oder jenes lösen oder verändern müssen, bevor wir denn in dieses Coaching, in dieses Seminar, in, keine Ahnung, zu diesem Lehrer, zu dieser Lehrerin hinfahren. Also, dass wir erst mal noch quasi wie aufräumen müssen in uns, damit wir dann auch besonders aufgeräumt und klar sortiert dort ankommen, damit auch wirklich nichts schief gehen kann an dem, was wir da verändern wollen. Also, dass wir wirklich unser Ziel erreichen und im besten Fall sollten wir das Ziel ja auch schon wie parat haben. Das sind also quasi so die besten Voraussetzungen, um den größtmöglichen Erfolg zu haben. Und die Erfahrung, die ich selber in meinem Leben gemacht habe und die ich auch bei ganz vielen Menschen sehe, die auf dem Weg sind und die gerne etwas verändern wollen, dass wir uns an diesem Punkt, wir müssen erst noch wie was selbst auf die Reihe kriegen, dass wir uns an diesem Punkt so verheddern, dann, dass wir entweder gar nicht in eine Puschen kommen und es gar nicht bis zu der Lehrerin oder dem Therapeuten hinschaffen. Ja, also, dass wir uns quasi selber einreden, wir sind noch nicht so weit, wir sollten da eigentlich weiter sein. Und dann schaffen wir den Weg nicht mal dahin. Oder aber wir sind so verkopft in der ganzen Geschichte, dass wir für alle Optionen und es klingt jetzt ein bisschen spooky, wenn ich das sage und schau mal einfach, ob es nicht doch auch auf Resonanz klingt, dass wir diese Optionen für, aber da gibt es Möglichkeiten, die uns das Universum schenkt, die wir nicht auf dem Schirm haben, um unsere Themen zu lösen, um Glaubenssätze zu transformieren, um einen Schritt weiter zu kommen, um ein bestimmtes Thema endlich klar zu kriegen. Das hat und findet keinen Raum, je verkopfter wir an dieses Thema drangehen. Und ob es ein Coaching ist, eine Lehrerin, die du buchen möchtest, ein Seminar, nachdem du dich umschaust, oder ob es auch ein ganz anderes Thema ist, ob es ein Thema ist, was mit deiner Beziehung zu tun hat, ob es ein Thema ist, was mit deiner Arbeit zu tun hat. Es ist etwas, was wie, ja, auf unserer inneren Festplatte, wie so ein nicht gesehenes Programm, einfach mitläuft, ja, so ein bisschen wie so ein verstecktes Programm auf unserer inneren Festplatte, was uns immer suggeriert, bevor es dafür eine Lösung gibt, muss erst noch das und das und das. Bevor ich da weiterkomme, sollte ich aber erst dieses und jenes noch. Bevor das dann klappt und bevor ich das meinem Partner oder meiner Partnerin erklären kann, muss erst dies und jenes noch. Und es ist wirklich ein verstecktes Programm. Also ich glaube, dass, wenn du ein bisschen nachforscht, wirst du auch in dir solche Programme entdecken, die wie automatisch mitlaufen, die unfassbar sabotieren. Und die dich lange vor dem Schritt, dass wirklich was Gutes, Positives, Transformierendes passieren könnte, die dich lange vor diesem Schritt schon wie aufhalten. Und das finde ich so, in Anführungsstrichen, gefährlich da dran. Also es macht es eigentlich schwierig und man könnte auch sagen, wir stellen uns selber ein Bein. Das Dumme ist einfach nur, wenn es so ein unbewusstes Programm auf unserer inneren Festplatte ist, dann ist es so, wie wenn wir uns ein Bein stellen und gar nicht merken, dass wir uns das selber gestellt haben. Also ich komme noch ein bisschen konkreter auf den Punkt zum Beispiel. Ich habe eben gesagt, wenn ich ein Coaching buche zum Beispiel, also wenn ich jetzt von mir rede, kannst du das auf dich einfach ummünzen. Wenn ich ein Seminar besuche, dann sollte ich da mit einem gewissen Thema, das völlig klar ist, auftauchen. Punkt. Anstatt dem zu lauschen, diesem Teil in dir oder dieser Stimme in dir oder diesem Wunsch, dieser Sehnsucht in dir, dass es augenscheinlich etwas gibt, was du gerne verändern würdest, was du gerne transformieren würdest, was gerne anders sein dürfte und dich nicht mehr so blockiert oder aufhält. Und dem einfach nur zu folgen, ohne diesen ganzen Kopfkram zu machen. Also nach dem Motto, was vorher alles noch geregelt werden muss und wie du sein solltest und wie dann das Setting letztlich aussehen solltest. Es gibt ja diese Sehnsucht in dir und die hat eine andere Schwingung als der ganze Kopfsalat, der dann losgeht, wo wir einfach nur noch mental unterwegs sind und versuchen, das Ding zu kontrollieren bis in jede Ecke und uns dann wundern, wir haben uns doch so viel Mühe gegeben, wir haben nach der richtigen Lehrerin Ausschau gehalten, wir haben uns das richtige Seminar vom Thema her ausgesucht. Wir haben ja vorher ganz viel recherchiert über diese Technik. Wir haben ja vorher noch den einen oder anderen Glaubenssatz angeguckt und wir haben sogar noch, keine Ahnung, mit der Mutter gesprochen, mit dem Vater ein Thema geklärt oder was weiß ich. Wir haben doch so viel drumherum gemacht und gestaltet und dann geht es trotzdem schief oder wir kommen trotzdem nicht dahin, wo wir gerne wollen. Ich glaube, dass es etwas ganz wesentlich ist, was sich durch fast aller Menschen Leben durchzieht, dass wir Dinge versuchen, sehr kopflastig zu kontrollieren, zu lösen, abzustecken. Und dass es diese Portion von Loslassen und Vertrauen eigentlich bräuchte, damit das Ding den Erfolg in Anführungsstrichen wirklich hat. Für mich ist Veränderung, das, was wir unter diesem tollen magischen Wort Transformation verstehen, nichts, was ich rein mit meinem Mentalkörper und mit meinem Willen herrichten kann oder herstellen kann, sondern es gibt den Teil, der das entscheiden kann und da kann der mentale Teil reinspielen. Es kann eine gewisse Entscheidungskraft in mir geben, mich auszurichten. Und dann gibt es an einer Stelle den Moment, den viele von uns verpassen und das ist der, wo die in manchen alten Traditionen so in die Hände klatschen und dann die Hände nach oben öffnen, quasi zum Universum, so nach dem Motto, meine innere Ausrichtung ist klar und den Rest übergebe ich an etwas Höheres und glaube da dran, dass es geschieht. Und nur so am Rande, ich bin mit meinen Füßen am Boden, ich schwebe auf keiner lila Wolke, ich bin nicht spirituell durchgeknallt, nichts dergleichen. Für mich nochmal gibt es einfach die Dinge, die ich als Menschwesen, auch mit meinem Verstand, mit meiner Entscheidungskraft, mit meiner inneren Ausrichtung und all den Dingen, die ich bewirken kann, wo ich etwas machen kann. Und dann gibt es einen anderen Bereich, auf den ich keinen Einfluss mehr habe, aber meine Form von Vertrauen und Loslassen erlaubt, nennen wir es mal, diesem etwas höheren oder einer übergeordneten Energie oder Kraft oder von mir aus Sache auch Schicksal oder irgendwas anderes, was für dich passt, wirkt dann mit dem zusammen, wo du dich drauf ausgerichtet hast. Und das sind oft die Momente, die von Verstandesebene gar nicht richtig gegriffen werden können, weil manchmal Veränderungen plötzlich stattfinden. Wir nennen das dann plötzlich, das hat sich angefühlt wieder, da war einfach eine Führung da. Oder ich hatte das Gefühl einfach irgendwie, da ist wie eine Kraft in mir gewesen, die mir einfach gesagt hat, wo es langgegangen ist. Und wir können das aber mental überhaupt nicht mehr richtig verfolgen, also in den meisten Fällen zumindest. Also, ich spule noch mal ein bisschen wie nach vorne auf dem Band. Ich komme noch mal so ein bisschen wieder wie zum Anfang zurück. Also, wenn ich mich für etwas entscheide, was sich verändern soll, wir können gerne bei diesem Thema bleiben. Du willst ein Coaching buchen, du willst ein Seminar besuchen, du willst vielleicht irgendwie dir eine Therapeutin suchen, eine besondere Lehrerin, was auch immer. Dann gibt es so diese Dinge von, ich sollte das wirklich klar greifen und erklären können. Das sollte ich vorher klar haben. Ich sollte am besten Fall mein Ziel auch bereits wissen. Und ich muss auch den Grund für mein Coaching und den Grund für meine Therapie, muss ich sehr plausibel da haben. Ja, ich muss das gut erklären können. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich fühle mich in meiner Partnerschaft irgendwie so unsicher oder ich möchte einen anderen Job, ich möchte mehr Geld verdienen. Wieso verdiene ich nicht genug Geld? Ich muss das alles irgendwie erklären können und ich muss auch sagen können, was ich alles schon vorher gemacht habe, wie viele Bücher ich schon gelesen habe und was auf meinem Weg da alles schon gewesen ist. Und dann sollte ich quasi mit so einer Art Faktenzusammenfassung bei meiner Lehrerin oder bei meinem Coach oder wo auch immer ankommen. Also so gut sortiert wie möglich. Und eigentlich, und jetzt kommt's, sollte ich ja vorher noch den ein oder anderen Glaubenssatz gelöst haben, damit ich dann auch wirklich das erreiche, was ich erreichen will und nichts, aber auch gar nichts ungeplant, dazwischen kommt. Und ich sollte natürlich jedes Mal zum Coaching oder zu der Therapiesitzung so gut sortiert ankommen, wirklich ein geeignetes Thema oder ein ganz klares und genaues Thema parat haben, weil sonst vergeige ich ja die Sitzung. Also es geht sehr stark darum, um Leistung, um Funktionieren, um ich bin nicht gut genug, ich sollte erst noch, ja, also es geht ganz viel um Leistung und es hat, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, ganz viel mit unserer Gesellschaft zu tun, wie auch das Schulsystem funktioniert. Ja, ich habe auch brav auf der Bank zu sitzen, ich habe gewisse Noten abzuliefern, damit ich später dann auch dies und jenes erreiche. Und genauso gehen wir oft an dieses Thema von Therapie, Coaching, Seminarveränderung, keine Ahnung, schieß mich tot um. Ja, ich bin ja selber Therapeutin seit fast 20 Jahren und ich nehme den Wunsch von dir, dass du Veränderungen in deinem Leben möchtest, zutiefst ernst. Und ich meine jetzt nicht Ernstigkeit, sondern ich meine einfach, ich weiß, wie dringlich dieser Wunsch sein kann und ich weiß, wie richtig er ist. So. Das Ding ist nur, wenn wir so kopflastig an dieses Thema drangehen, dann ist es einfach, was die Dimension der Heilung, was die Dimension der Lösung, was die Dimension des Geschehens anbetrifft, ist es einfach limitiert. Punkt. Ja, wir limitieren die Möglichkeiten, indem wir es kontrollieren und indem wir es abstecken, indem wir es genau untersuchen und vorbereiten und nicht in Ruhe lassen können. Und das Thema mag vorbereitet sein, aber es mag dann auch in Ruhe gelassen werden, weil das in Ruhe lassen ist ja diese Form von, ich kann es dann loslassen, ich kann ins Vertrauen gehen und das ist der Moment, den wir, wenn wir zum Beispiel Körperarbeit machen, wenn der Körper sehr beansprucht worden ist, Sportler kennen das aus dem Sport, Menschen, die sanftere Methoden haben, in der Körperarbeit kennen das auch, es wird dem Körper einen Impuls gegeben und danach braucht der Körper die Entspannung, das Loslassen, damit dieser Impuls den richtigen Platz im Körper findet, sich ausbreiten kann, damit die Information sich ausbreiten kann, die Information der Heilung sich ausbreiten kann, damit es geschehe. Ja, nochmal, ich rede manchmal ein bisschen als, keine Ahnung, wäre ich super spirituell oder irgendwas, bin ich nicht, meine Füße stehen auf dem Boden, ich komme halt einfach aus der ganzheitlichen Ausrichtung, weil mein allererster Beruf Heilpraktikerin gewesen ist und ich mit einem Teil meines Herzens das auch immer bleiben werde, das heißt, ich habe einfach einen ganzheitlichen Blick auf die Dinge, auf den Körper, auf das Leben, auf die Natur, auf die Rhythmen, auf die Dinge, wie sie halt geschehen und von dem her weiß ich, dass wir die Lösung, also die Heilung, die Transformation einer Blockade, das Ablösen eines Glaubenssatzes, können wir nicht under pressure machen. Ja, also wir brauchen eine gewisse Ausrichtung, wir brauchen einen gewissen Drang, wir brauchen einen gewissen Druck, ja, und dann braucht es aber die Phase von Loslassen, Vertrauen und Entspannung, wo alles seinen Weg findet und wir sind halt einfach tatsächlich in einer Gesellschaft hier, die damit nicht viel am Hut hat, die dieses Gold da drin verlernt hat, zu sehen und zu spüren und das hat auch viel mit Ruhe zu tun und viel mit Stille zu tun und wenn wir uns umgucken in unserem Alltag, in den Großstädten, in dem, wie wir beschallt werden von Musik, von Technik, von elektronischen Geräten, von so gut das alles ist, ich habe überhaupt nichts dagegen, ich weiß diesen technischen Fortschritt sehr zu schätzen, sehr. Und, aber wir dürfen die Momente der Auszeiten, des Loslassens, der Stille, nennen es Meditation, andere machen einen Spaziergang ohne Handy, die dürfen wir einfach nicht unterschätzen und vor allen Dingen, wenn du für dich in deinem Leben nach so etwas suchst, wo du sagst, ich würde gerne irgendwie mir ein Seminar suchen oder ich würde gerne mir eine Lehrerin oder einen Lehrer suchen, wo ich das ein oder andere Thema, wo ich darin Unterstützung finde, das wirklich zu lösen, dann macht es schon Sinn zu gucken, wer konkret spricht dich da an. Ja, also es gibt einmal diesen Impuls in dir, das ist quasi die Sehnsucht, etwas verändern zu wollen, auch den Sinn darin zu erkennen, dass es so vielleicht nicht weitergehen kann und ja, dieses Gefühl von, es ist ja oft so, dass wir sagen, ich würde da gerne was verändern, ich habe keinen blassen Schimmer, wie das gehen soll, die Umstände, also wenn ich das mit meinem Kopf angucke, dann sind die Umstände einfach so, dass ich keine Lösung erkennen kann. Das ist ja oft die Ausgangsbasis, bevor wir dann losgehen, also hoffentlich losgehen, so. Und, und dann schauen wir uns halt um und dann gibt es einmal diese Sehnsucht, in dir etwas zu verändern, die schon etwas mit der inneren Ausrichtung zu tun hat, weil wenn wir merken, ich würde da gerne was verändern, dann gibt es ja auch schon eine gewisse Richtung und wenn wir sie nicht wissen, dann fühlen wir sie zumindest. Also, es gibt bestimmte Aspekte und ich würde dir da echt ans Herz legen, dich nie mit anderen zu vergleichen. Also, jeder hat ein anderes Empfinden, wenn es um das Wahrnehmen eines Problems und die Sehnsucht in Richtung Lösung geht. Und manche können Ähnliches beschreiben, ja, wie sie das spüren oder wahrnehmen. Manche sehen Bilder, manche haben Empfindungen, manche fühlen einen Sog oder spüren einen Druck oder sehen Farben oder machen sich eine Wunschcollage oder was weiß ich. Also, es gibt ja wirklich, was den Ausdruck anbetrifft, wenn wir uns erlauben, nicht bei anderen zu gucken, sondern in den eigenen Ausdruck zu gehen, dann gibt es diese Sehnsucht in uns und es gibt diese Richtung, in die es gehen könnte. Und dann ist es einfach so, dass wir merken, auf diesem Weg in diese Richtung sind wir vielleicht so untrainiert und so unsicher, dass es gut ist, einen Begleiter für eine Zeit zu haben. Und dann machen wir uns auf die Suche. Und dann kommt der zweite Teil. Also, das eine ist diese Sehnsucht, die auch schon ein bisschen verbunden ist mit einer inneren Ausrichtung, wo es hingehen könnte. Und dann gibt es so dieses, dann sucht man nach etwas, wo man sagt, ah, die Person könnte vielleicht derjenige sein. Manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass wir sagen, wir erleben einen Menschen irgendwo sprechen, ja, da steht jemand auf der Bühne oder wir hören uns einen Vortrag an oder lesen ein Buch von jemandem und sagen, ah, ich glaube, da von der Person kann ich noch was lernen. Und so ein bisschen ist es ja auch so, dass wenn wir zum Beispiel erst dieses Gefühl von Wunsch und von Veränderung in uns haben, von Sehnsucht in uns haben, dass wir gerne einfach einen bestimmten Bereich in unserem Leben und vielleicht auch das ganze Leben verändert haben wollen, dass wir uns dann umschauen nach jemandem, der uns für diese Zeit sowie unterstützen, supporten könnte, begleiten könnte, uns bei der einen oder anderen Stolperstelle einfach eine Hand reicht. Und an dieser Stelle finde ich es genauso wichtig zu gucken, welche Person suchst du dir da? Ist das jemand, der einfach tolle Versprechungen macht? Oder ist das jemand, bei dem du siehst, dass er oder sie etwas von dem, was du vielleicht leben möchtest, selber auch schon lebt? Und es geht ja immer so darum, dass ein Lehrer, eine Lehrerin, ein Begleiter, ein Therapeut einfach für einen bestimmten Abschnitt des Lebens, ob das ein paar Wochen sind, ob das einfach nur ein oder zwei Stunden sind, ob das einige Monate sind, manchmal sind es aber auch ein paar Jahre, manchmal sind es auch zwölf, fünfzehn oder zwanzig Jahre, das gibt es auch. Aber es ist einfach so, ein Begleiter ist oft, also wenn wir es jetzt in Form von Coach, Lehrer, Seminarleiterin oder Therapeutin oder was auch immer sehen, dann ist es einfach aktuell die richtige Person für diesen bestimmten Zeitabschnitt. Und wir müssen auch gar nicht immer unbedingt von vornherein wissen, wie lange dieser Zeitabschnitt wirklich ist. Wenn wir uns einfach darauf einlassen können, dann werden wir wissen, wann dieser Zeitabschnitt zu Ende ist. Und nochmal, die Frage ist, woran orientierst du dich? Orientierst du dich an hohlen Versprechungen, an tollen Werbesprüchen oder orientierst du dich daran, was diese Person wirklich lebt, wo du sagst, davon hätte ich auch gerne ein bisschen mehr, so würde ich auch gerne ein bisschen mehr leben. Also ich meine jetzt mit so würde ich auch leben, jetzt nicht gerade die Luxusvilla, sondern einfach eher vielleicht die Haltung, wie diese Person durch die Welt geht und lebt. die Haltung, wie sie vielleicht ihr Leben gestaltet. Und vielleicht hat er oder sie ja auch irgendetwas, keine Ahnung, verändert oder erreicht in ihrem oder seinem Leben, was du bewunderst. Und wo du sagst, wenn die das geschafft hat, dann würde ich das, würde ich mir diesen Support gerne bei ihr holen. Und ja, vielleicht bewunderst du das tatsächlich, weil du einfach weißt, wenn die das geschafft hat, dann kann ich das auch oder sie kann mir helfen, da auch hinzukommen. Und vielleicht hat er, also die Lehrerin, Coach oder sie, einfach so eine gewisse Art, von der du auch gerne mehr hättest. Also die Frage ist wirklich zu gucken auch, woran orientierst du dich, wenn du dir jemanden suchst? Und wir alle sind sehr gepolt da drauf zu gucken, ja, uns ein bisschen blenden zu lassen. Also es gibt die Menschen, die sehr, sehr große Versprechen machen können, die sich sehr, sehr, sehr gut verkaufen können, die ja nach außen so wirken, als wären sie in einem gewissen Gebiet massiv erfolgreich. Und vielleicht sind sie das auf einer Ebene auch. Und wozu ich dich einladen möchte, ist, das tue ich einfach auch nur, weil ich selber sehr viel Erfahrung damit gemacht habe, wem ich folge oder von wem ich mich anleiten lasse, dass es nicht immer die Lauten sind, die unbedingt die Richtigen sind. Dass es nicht immer die Monster Erfolgreichen sind, die dir persönlich wirklich in der Tiefe helfen können, die es wirklich gelernt haben, präsent zu sein und mit dir durch bestimmte Dinge durchzugehen, die wirklich da sind. Ja, also es gibt Menschen, wenn wir jetzt sagen, im Business-Bereich orientieren wir uns natürlich an Menschen, die erfolgreich sind. Das ist ganz klar, weil die ja augenscheinlich wissen, wie man Erfolg herstellt. Wenn wir uns aber um innere Transformation oder um das Verwandeln von Glaubenssätzen kümmern wollen, wenn wir gerne ein Beziehungsthema klären möchten oder irgendwas Ähnliches, dann macht es Sinn, sich wirklich Menschen zu suchen, wo man von diesem Erfolg wie ein Stück absieht und eher dahin schaut, zu sagen, ah, das ist eine Person, die hat genau in dem Gebiet, hat die bereits was gemacht und ist vorwärts gekommen, hat ihr Leben transformiert, ist Schritte gegangen, wo ich genau weiß, das würde ich auch gerne, das spricht mich an. Und dann auch wieder hinzugehen und den Verstand wie außen vor der Tür zu lassen, weil manchmal, mir ist das schon oft so gegangen, ich habe mir oft wirklich Menschen gesucht, die mich eine Zeit begleitet haben, die nach außen gar nicht so offensiv die tollen, keine Ahnung, in vorderster Front sichtbarsten Lehrer wären. Im Gegenteil, man musste sie suchen oder sie haben sich finden lassen. Und also man könnte das jetzt eher still nennen, still finde ich, ist in unserer Gesellschaft so verpönt. Ich würde es eher, die haben eine andere Form der Magie. Es gibt einfach etwas, wo du weißt, dass du da richtig bist bei dieser Person. Wie gesagt, für eine gewisse Zeit und man weiß nie, wie lange diese Zeit geht. Und auch da so ein bisschen in dieses Vertrauen reinzugehen, wenn du diese innere Ausrichtung hast, was du gerne möchtest, was du gerne verwandeln möchtest, mit der gleichen Art, dir auch einen Menschen zu suchen, der dich für eine Zeit begleiten kann und auch da in das Vertrauen reinzugehen, diesen ganzen Prozess, also weder den inneren eigenen Prozess noch den Lehrer permanent noch mal studieren zu müssen, noch mal kontrollieren zu müssen, sondern dann ein Stück weit wie auch loslassen zu können und natürlich nicht, wenn sich grundlegend was falsch anfühlt. Aber ich sage mal, ein guter Lehrer hat es tatsächlich ja drauf, einen an die Triggerpunkte ranzuführen, wo der Verstand dann sagen würde, boah, nee, also das brauche ich nicht. Ich glaube, ich bin bei der Frau hier falsch oder so. Oder die hat es ja voll nicht drauf, weil sie stellvertretend für den eigenen Trigger gerade steht. Aber das sind ja eigentlich die besten Lehrer überhaupt. Und an dem Punkt, wo es halt einfach schwierig wird und wo es schmerzhaft wird und wo es unangenehm wird, dann wirklich auch im Vertrauen bleiben zu können und da zu bleiben, weil das die größten Transformationspunkte überhaupt sind. Und ich weiß, dass du das wahrscheinlich technisch weißt und ich weiß, dass die wenigsten von uns in aller Tiefe wissen, was das wirklich bedeutet. So, das ist etwas, was wir auf ganz viele Lebensbereiche ja, überstülpen können oder dahin auch mitnehmen können, wenn wir diese innere Haltung haben von ja, es gibt etwas, was ich gerne möchte oder es gibt etwas, wo ich eine Sehnsucht habe. Es gibt Menschen, die mich innerlich wie ansprechen und dann, wenn wir die Ausrichtung haben oder diesen Menschen gefunden haben, ein Stück weit wie in dieses Vorschussvertrauen reinzugehen, dass es etwas gibt wie, ach Mensch, dieses Wort Universum ist halt immer irgendwie so, es gibt manchmal für die Dinge, die ich ausdrücken möchte, nicht ganz die richtigen Worte, aber so etwas wie es gibt, das, was uns dann weiterträgt und führt, wenn wir erlauben, ein Stück wie loszulassen und das macht einfach die Magie von Transformation und von Veränderung wirklich aus, auch von Wachstum. Ich möchte nochmal das Bild zurückschwenken zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mein ursprünglicher Beruf und dieser Blick aus der Ganzheitlichkeit, ein Körper, der zum Beispiel erkrankt ist, der muss mit bestimmten Reizen, zum Beispiel manchmal wie getriggert werden oder muss durch eine bestimmte Behandlung etwas Bestimmtes erfahren und danach wird der Körper in Ruhe gelassen, weil er durch dieses Anstupsen wird etwas in Schwingung, wird etwas in Bewegung gebracht und wenn wir das dann lassen, wenn wir da nicht mehr eingreifen müssen, dann weiß der Körper schon, wie er diesen Anstupser nutzt, um in Heilung zu gehen und genauso ist es mit uns und in unserem Leben auch, was das Thema Veränderung, Transformation, vorwärts gehen, ich will was verändern in meinem Leben, ich möchte zum Beispiel sichtbarer werden, ich möchte mutiger werden, ich möchte aus meiner Unsicherheit rauswachsen. Das sind ja Dinge, die mir persönlich wirklich auch in einem Ausmaß gelungen sind, aber nicht, weil ich es erzwungen habe, sondern weil ich auch mit gewissen Rhythmen mitgegangen bin. Ja, das heißt nicht, dass das immer bequem ist, ganz im Gegenteil, aber es braucht einfach beides. Das ist die Botschaft aus dieser heutigen Podcast-Folge und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du mir auf iTunes eine tolle Bewertung schenken würdest und ich freue mich, wenn du mir deine Frage schickst. Schick mir gerne eine Frage zu einem Thema, wo du gerne mal einen Podcast drüber hören möchtest oder vielleicht auch ein Seminar oder einen Online-Kurs und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige und sonnige, hoffentlich bald etwas frühlingshafte Zeit. Mach es gut, bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.